Die zehn heftigste Spieler, die zehn schönsten Spieler der Mannschaft. Thomas Steiner. Also ich fang an, ja? 1 zu 2 gegen Alzenau. Richtig, ja? Ja. 2 zu 1, daheim gegen Kickers, offenbar. Guck mal, das muss ich sagen. 1 zu 2 gegen Saarbrücken. 1 zu 1. 1 zu 1. 1 zu 1. War noch da. Wofür haben wir den Countdown? 2 zu 1. Ah ja. 3 zu 2 gegen Elversberg. 5 zu 1 verloren gegen Ulf. 3 zu 0 gegen Frankfurt. 2 zu 1. Nur Hinrunde war das, gell? 2 zu 1. 1 zu 1. Was war's? 2 zu 0. Na gut, das ist ein bisschen unfair. Ich habe nur vier Spiele gemacht, Alter. Ich brauche Geld, ne? Ich habe schnell geguckt. Die anderen Spiele oder so. Ne, das ist ja schnell von deinem Verein. Nächste Frage. Ach, die Scheiße. Allianz Arena. Muss man den Namen sagen oder kann ich jetzt Waldstadion Frankfurt sagen? Oder ist das falsch? Dann sage ich Commerzbank Arena. Was schmeckt denn? Ich habe Commerzbank, muss man leider. Wer schmeckt das? Ähh. Bayerena? Signal Iduna Park. Auf einem hat auch einen anderen Laden aus, gell? Wie soll Arena heißen Sie? Free Zero. Ich hätte nichts mehr gewusst. 2-0. Ja, richtig. Wer fängt an? Du hast angefangen. Ich kann es auch nicht sagen. Olympischen Binderspiegel. Skispringen. Biathlon. Skilanglauf. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. Ach komm, ich wollte hier ein bisschen spielen, weißt du? Soll ich da so Fragen, Alter? Was habe ich schon bei jedem gespielt? Keine Ahnung. Keine Ahnung, Frenz. Ach. Was war denn noch alles? Eisschnelllauf, Eiskunstlauf, Eishockey. Aber das ist Fußball. Ich weiß nicht. Das war's. Das war's. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal.